Hallo und herzlich willkommen zurück beim nächsten Mal. Sollen wir uns auch beim letzten Mal verabschieden, ne? Obscurity! Hier zusammen mit der Julia und dem Link. Hallo. Irgendwas wollte ich gerade machen. Ich habe es vergessen. Es macht Geräusche. You already have maximum lives. Ich kann das Herz nicht essen, allerdings wir haben... Was wollte ich gerade machen? Ach genau, ich wollte die Bound linken. Ich habe hier was. Guck mal, kennst du das? Ah, lag. Was kenne ich? Das, was ich in Hand habe. Ja, kannst du Sachen rein? Ja, das ist eine kompakte Maschine. Kann man da nicht alles kompakt bauen? Da kannst du reingehen. Das ist wie die, die wir auf der Oberwelt gefunden haben. Da kannst du reingehen und dann kannst du da Maschinen drin aufbauen, oder was? Genau. Nur um das Zeug halt da rauszukriegen, brauchst du immer so Tesseracts oder sowas, was auf Dauer nervig ist. Machst du da eigentlich gar nicht? Dann habe ich die noch nicht genutzt. Aber man könnte das auch einfach jetzt irgendwo hinstellen. Und einen Raum da reinbauen. Dezent hässlich aus, was du da gerade baust. Aber du kriegst da halt keine Sachen noch rausgeholt dann. Doch, man kann da da reingehen wieder. Ja, man muss da nur rein rauslaufen. Das kannst du machen. Aber die Magnumfackel, wenn ich die hinsetze und wegnehme, muss sie dann rein? Aber andere Frage, wie ist das, wenn ich den Raum nicht hinbaue und ich baue da drin eine Hühnerfarben, wachsen die dann weiter die Hühner, obwohl wir nicht da drin sind? Mhm. Nein, aha. Quest abgeschlossen. Die Magnumfackel, wenn ich die jetzt setzen würde. Ich kann dir auch nicht sagen, ob... Die setzt du bitte nicht, die Magnumfackel. Ja, genau. Was passiert dir da mit der Nummer? Äh, im Radius von 64 Blöcken spawnt nichts mehr. Okay. Ich kann dir auch nicht sagen, ob du da einen Junkloader reinsteigen kannst oder nicht. Das kann man ja auch, weil wir haben ja einen. Wenn ich die wieder weg... Ja, kannst du... Jetzt weiß ich schon da nicht mehr, was ich machen wollte. Ja, 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 ja. Und wenn ich die wieder... wieder wegnehmen würde, dann die Fackel? Dann spawnt wieder was. Dann spawnt wieder was, so. Ich hab sie mal ins ME gepackt. Generator des Überlebenskünstlers. Oh, jetzt hab ich schon zwei Herzen, die ich nicht nehmen kann, weil wir Maximum haben einfach schon. Wir können nicht mehr Leben kriegen, wir müssen öfter sterben. Oh, super. Ich hab noch einen Generator, das Überlebenskünstler ist. Nein. Ja, ich bin immer noch dafür... Ich hab... Ich hab jetzt schon... Ich hab ne kompakte Maschine groß und ne kompakte Maschine gigantisch. 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 Aversion ab Obeliske. Was ist das denn? Ich brauch einen Tormented Endermanhead. Ich weiß wohl mit meinen Items, ich hab ja drei Rucksäcke. Obwohl, der Voidbag ist eher zum Wegschmeißen, ne? Mhm. Oh ja. Tasche der Leere. Ich schmeiß den Link rein in die Tasche Leere. See, was haben wir denn hier noch? Was haben wir denn noch offen hier? Wir haben noch keinen Nether-Stern. Richtig? Ja. Nein. Aber du kannst natürlich gerne einen besorgen, also hab ich nichts dagegen. Hm. In. Nein. Hm. Oh, das können wir auch machen. Ach komm. Gravur-Silizium-Druck, Gravur-Kal... Was brauchst du davon noch irgendwas? Diese Pressdinger, diese Vorlagen? Ja. Ne, hab ich alle. Dachte ich mir was. Und ich habe vier Gravurmaschinen gekriegt. Ja. Ja. Ach du Schöne. Kann ich gleich sogar gebrauchen. Sag doch einfach Bescheid, ich habe hier jetzt eine Tasche... Ja, schmeiß einfach ins ME. Schmeiß die einfach ins ME. Jetzt ist sie da an, nach ME. Ja, das ist schon da. Ah, ja. Vielleicht dann nicht den ganzen Rotz wieder reinschmeißen, wenn ich den rumführe. Ah, nein. Ich weiß nicht, wieso. Bei mir gerade so laggt. Keine Ahnung, ich habe gerade höchstens... Mach aus! Oh, jetzt ist mein Bogen im Dings drin. Oh, egal. Braucht keinen Mensch. Aha. Ja, wer braucht den denn schon? So, jetzt habe ich mal das ganze Scheiß hier. Schmeißen wir auch da rein. So. Hm. Noch ein Reward weg. Ich habe... Flux... Flux... Fluxierende Elektrumbarren. 16 Stück bekommen. Yeah. Die brauchen bestimmt irgendwann mal. So. Was ist hier für ein Quest? Aha. Da kann ich auch noch was claimen. Seelenfragment zum Beispiel. Oder labiler Barren. Seelenfragment. Alles klar. Weil dafür musst du ein Leben opfern. Also für immer Opfer. Hast du noch neun hat's. Also ich habe noch ein paar Teilungssiegel bekommen und hast du nicht gesehen. Wo war aber... Dunkles ätherisches Glas zum Beispiel. Teilungssiegel. Seelenfragment. Ich tue das alles im Inventar. Und verfluchte Erde. 64. Jawohl. Ähm. So. Dieser... Das ist wieder so ein spezieller Enderman Kopf, oder? Den wir da brauchen. Das ist keiner, der da unten gedroppt wird. Bei was für einer Quest? Weil hier steht Tormented Enderman Head. Das sieht anders aus. Der schaut nach links. Was für ne Quest denn? Äh, ich mach die, 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 die Tower Defense Geschichte durch. Achso. Ja. Versteh ich. Richtig, ne? Das heißt, ich darf wieder Endermänner schlagen gehen. Mhm. Warum kommen da unten andere Köpfe raus? Nein, wir machen... Wie macht man noch mal kurz? Link? Hä? Lass uns gar nicht zu. Ne, der macht das so schön, ne? Ich... Ich wusste auch mal was machen. Nebenher noch. Ja, was, was? Ähm, äh, 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 äh. Dieser... Dieser Enderman Kopf, den man unten rausbekommt. Warum ist der anders als den, den man bekommt, wenn man die... Ja, es gibt zwei verschiedene, Ender IO und, äh, Head Crumbs Köpfe. Achso, und die einen müssen wir tatsächlich per Hand runterschlagen, oder wie dann wird man die bekommen? Weiß es nicht. Keine Ahnung. Naja, ich geh mal kurz Endermänner kloppen mit dem tollen, wundervollen Schwert und so. Wisst ihr Bescheid? Bis gleich! Oh, Rava, da ist schon wieder Kohle drin, ich mach's kaputt. Wo ist Kohle drin? Warte, 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 warte! Da waren nur 100 drin, das war nur eine Kohle. Ja. Oh, ein bisschen Gloster. Ich weiß, du in Skystone meinst, im eh. Haben wir davon jetzt schon. Oh, du brauchst noch vier. Ich weiß jetzt nicht, was ich questen soll, hier. Ich versuche ja Tintenfischbeutel, äh, zu kriegen, aber die kann man nicht craften. Echt? Ja, aber wo sollen wir es sonst herkriegen? Ich sehe nur ein Rezept. Und das ist, äh, wässrige Wabe zu zentrifugieren. Aber eine wässrige Wabe, dafür müssen wir jetzt mit Bienen anfangen. Da hab ich jetzt, äh, voll Bock drauf. Ja, dann mach. Also, dann mach. Also, dann mach. Auf geht's, brother, was hält dich davon ab? Dass wir nicht eine einzige Biene haben. Ja. So. Dann schau mal in die Bienenquestreihe. Nein. Nein. Deshalb weiß ich, dass du da Bienen bekommst. Deshalb keine Ausrede. Mhm. Welches ist denn die Bienenquestreihe? Biis! Das ist ja ganz unten. Ne, das lassen wir mal lieber. Muhaha. Das ist mir zu unten. Jajajaja. Smekts Truhe? Wie viele Quests wir noch haben, Alter. Die Truhe so da hängt. Jaja, nee, du, so. Ja, wässrige Wabe, mein Projekt dauert so ungefähr 100 Folgen. Hätte. Mit. Normalen. Quests. Aber weil wir so voll Pros sind, das ist alles ein bisschen langsamer. Weil wir... Ah, ja. Wir, wir sind voll Pros. Ja, nur Link. Nur Link ist schuld. Ja, wie mach ich denn das? Moment. Die, 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 die. Endermänner, wo seid ihr? Ich brauch meine beiden einmal wieder zurück. Mach's jetzt wieder die gleiche Taktik wie letztens. Erstmal ganz weit weg laufen und auf den Rückweg spawnen dann die ganzen Monster. Oha, da geht's da runter. Nein, Truhe, nicht runterfallen. Wer verwirrt ist, äh, Pech gehabt. Wer verwirrt ist, Pech gehabt. Äh, was schlaberst du? Ja, ich hab da noch ein paar Dinger hingehängt, also. Ich wollte nicht greifen, wo ich hier weitermache. Ach komm, weil, 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 weil jetzt immer schon alle mal sehen wollen. Online, online, online. Einer durfte kein Channel haben. Bye. Alles klar. Geht los. Was denn? Geht los jetzt. Geht jetzt los. Was geht denn los? Am besten hängst du noch Schild im Namen drüber. Damit wir, ähm... Oh, oh. Nö, das sind verschiedene. Nur die zwei hier sind gleich. Ach so. Ah ja. Läuft. Warum ist das ME-System aus? Weil ich hier unten ganz kurz die Kabel gegen Dicke austauschen muss, damit genug Channel da sind. So, jetzt ist du da an. Keine Frage, Rather. ME-System ist aus, weil's nicht an ist. Mensch. Shit. Nein. Richtig waren die Falschen. Julia. Ja? Nein. Was denn? Was denn? Nichts. Geht's dir gut? Mir geht's hervorragend. Ja, schön. Mir auch. Dann ist ja gut. Gut. Ich bleib' da mal noch ein Weilchen draußen, ne? Musst du nicht hin. Komm, komm zum Messer, komm. Oder das Messer kommt zu dir. Ich bin da ganzartig. Ach ja. Ich hab immer noch keinen Enderman. Verdammte Kacke. Verdammte Kacke. Verdammte Kacke. Verdammte Kacke. Verdammte Kacke. Verdammte Kacke. Ich nehm' es immer aus, wenn ich's benutzen will. Immer. Ist fast so gut wie immer, dann wird was unten im Craftingfeld gemacht, wenn's ich benutzen will, ne Link? Ich hab' jetzt zwei hingehängt. Ne. Krasse Sache. Brother, kannst du. Mhm. Ich bin zum Linken. Hallo, Blobel. Da fliegt ein Blobel durch die Luft. Oh, ich wollte bauen. Ah, Moment. Es gab Blobel, die böse sind, ne? Schwammt. Bist du ein böser Blobel? Nö, ist ein guter Blobel. Oh, gibt's euch keine bessere Möglichkeit, Clostorn herzustellen, weil ich Smart Kacke bräuchte Clostorn pro Kabel eins. Dauert ewig, ja. Ne, das kannst du ja in der Maschine da machen, wo Rother auch seine Hersteller die ganze Zeit, da kriegst du ja, geht es extrem schnell, aber es ist ja trotzdem nervig. Teuer. Oh, ja. Ich hab's heute mit einer Schmelze gemacht. Ich finde einfach, keinen Enderman heute sind keine da. Ich brauche halt pro, äh, Clostorn ein Gold. Genau. Ach so. Aber ich brauch' den Kabel, sonst blick ich irgendwann nicht mehr durch. Alter, Endermans, wo seid ihr denn? Also, ich brauch' einen P2P Tunnel. Ich brauch' zwei. Die gleich in den Keller runterkloppen ohne Scheiß. Bye. Ich brauch' einen Link. Ne, wie hieß das denn? Doch. Ja, was? Diese Quest, wenn man da sowas, ähm, 10.000 Flüssigkeitszeug, wo man machen muss, wie muss man das machen? Äh, welche, meinst du das gerade? Ich mach's grad. Da gibt's ja mehrere. Ja, ach so, ja, das war mit dem Ding hier. Dieser eine Cursed Earth, die da unten so ist. Welche wüsst'n du jetzt machen? Sag' mir, welche du grad machst. Ja. We currently have not bound a quest to the... Ja, sag' mir mal, welche Quests machst du grad, dann kann ich's dir schon an der erklären. Hey! Ist doch irgendeine Flüssigkeitsquest, da gibt's doch genug von. Ja, in, wo hast du denn deine Flüssigkeitsquests gerade, in welchen? Zum Beispiel gibt's da, wo ist es, ähm, wo man dieses Wasser zum Beispiel abgeben muss. Ja, das wäre in... Weiß ich nicht, irgendwo, ich hab's vorhin gesehen. Keine Ahnung, sag' mal einfach, wie's funktioniert. Äh... Äh... Blabisch, du! Ah, hier, ich hab das nur im Wasser gefunden. Im zwölften. Ja. Das wär' diese Quest mit dem Wasser, das sind, Moment. Tausend... Also du machst drei Nullen weg, dann weißt du, wieviel Eimer du brauchst. Ja. 100.000 Eimer. Ja. Heißt, du müsstest hier in das Ding, das heißt, du klickst unten auf Select Task. Wo? Dann rechtsklickst du bei der Quest. Ja. Und dann rechtsklickst du das Ding hier, dann hast du's an das gebunden. Und da muss man, da muss man zum Beispiel nur Wasser einbringen die ganze Zeit. Dann musst du da 100.000 Eimer Wasser reinfüllen. Alles klar, gut, weiß ich Bescheid. Da du das aber kaum von Hand machen willst, äh, nimmst du dieses Ding, gehst ja in unsere unendliche Wasserquelle, hängst es einfach mal kurz hier hin, machst jetzt die Quest hin, und dann geht da unendlich Wasser rein. Ja, ich wollte aber die Wasserquests gar nicht machen. Aber ich mach das nochmal, jetzt mach ich mal die Wasserquests. Ja, ich wollte nicht eine andere Quest machen mit anderer Plästigkeit, aber ich kann auch... Also ich kann... Sag mal unten... Wir können auch noch so ein Ding bauen. Nein, wir können auch das, wenn das dann nicht mehr gebunden ist, doch okay. Ja, das wird dauern. Select Quest, so, hab ich gemacht. Ja, dann rechtsklicken. Wo? Die Dinger sind nicht teuer, die kosten nichts. Da ist ein Pilz drauf, oder was? Ja, jetzt zählt das im Buch hoch. Du siehst, das wird eine Weile dauern. Wir haben unten im Keller... ... doch, äh, so ein Loch, wo, wo ein Cursed Earth zu sehen ist. Vorne dran. Es ist zum per Hand formen. Mhm. Und da klopfst du den oberen Stein weg, oder wie? Ja, das ist elf Eimer von hunderttausend. Wie? Link! Ja? Ruhe jetzt! Wie habt ihr euch das gedacht, dann da unten? Sollst du dann den oberen Stein wegkloppen, oder wie, oder was? Wer hat denn das so gebaut, und wie ist das gedacht? Mach doch einfach. Ja, keine Ahnung, irgendwer hat sich ja was dabei gedacht, als er diese eine da so hingepackt hat, oder? Ich hab hier oben noch was zum Denken gestoppt, was du eine andere Quest machen musst. Ja, du musst den Stein daneben den Schalter wegkloppen. Genau, und dann kann ich da völlig mit drauf loskloppen. Ja, ich würde vorher vielleicht den Schalter ausmachen, sonst tötet die Maschine alles. Jetzt aus? Ja. So. Holgerum. Wir müssen erst mal gucken, dass hier Endermänner kommen. Ja. Mhm. Solang hier kein Enderman kommt, das ist ja blöd, ne? Schön, dass keiner mir zuhört. Nein. Ja, du hast mir auch die ganze Zeit nichts zu gehalten, aber schon. So, was ist los? Ich hab gesagt, dass die Folge vorbei ist. Achso, tatsächlich. Achso, ja, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.